Freunde, ich sitze jetzt Quartier. Ich habe kein Stativ hier. Mein Handy ist gleich leer. Ich leide mein Handy jetzt voll auf und frage, ob ich irgendwo eine Powerbank kriege. Und ich gehe kurz nach Hause mit meiner Powerbank und ich drehe für euch ein Video. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das Bedürfnis, mit euch zu reden. Ich höre jetzt gerade nicht in die Kamera, ich schneide das Video nicht, gar nicht null, komplett authentisch. Ich sitze da, wo meine Vergangenheit angesprochen hat 2019 und die Zukunft wird beginnen mit der Veränderung, dass ich meine kaputten Schuhe loswerde und mich zu meinem wahren Ich verwandle wieder zu Daniel. Deswegen Freunde, wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt einfach dran. Jetzt kommt die nächsten Tage ein Video von Who the hell is Daniel?